Heute möchte ich dir einen ganz besonderen Freund von Babyborn Emma vorstellen. Den singenden Bären von Babyborn namens Teddy. Vielleicht kennst du ihn bereits aus der Babyborn-Animationsserie. Jetzt gibt es den kuscheligen Freund auch zum Spielen für zu Hause und unterwegs. Der singende Teddy trägt einen weißen Body, an dem man ihn sofort erkennt. Es gibt ihn aber auch ohne Musikfunktion, dann trägt er einfach Pink. Der Teddy ist bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet. Das Tolle ist, ihm passen alle Outfits der Babyborn-Puppen in der Größe 43 Zentimeter. Die Schuhe passen allerdings nicht über seine Bärentatzen, doch natürlich gibt es auch eine große Auswahl an Bärenoutfits mit passenden Schuhen für Teddy. Außerdem sind ein Freundebuch und ein Stickerbogen im Lieferumfang enthalten. Teddy ist super weich und somit perfekt zum Kuscheln. Der drehbare Kopf und die beweglichen Arme und Beine erleichtern das An- und Ausziehen und sorgen für verschiedene Spielmöglichkeiten. Hier siehst du Teddy in verschiedenen Outfits. Dank seiner Größe passt ihm jede Kleidung der 43 Zentimeter Babyborn-Puppen. Bevor Teddy los singen kann, setzen wir die Batterien ein, die nicht zum Lieferumfang gehören. Dann schalten wir das Sound-Modul an. Drückt man Teddy auf den Bauch, singt er nacheinander die fünf beliebtesten Lieder aus der Babyborn-Serie. Angefangen mit dem Titelsong. Durch erneutes Drücken kann die Wiedergabe pausiert oder zum nächsten Lied gesprungen werden. Wenn er alle fünf Lieder gesungen hat und nicht erneut auf seinen Bauch gedrückt wurde, schaltet sich das Sound-Modul nach fünf Minuten automatisch in den Stand-by-Zustand. Das Sound-Modul kann einfach entfernt werden, sodass du den Teddy per Hand waschen kannst. So bleibt er immer kuschelig und sauber. Hast du noch Fragen? Dann hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Video. Auf dem YouTube-Kanal von Babyborn sind noch mehr Lieder zum Mitsingen verfügbar. Den singenden Teddy und viele weitere Babyborn-Produkte erhältst du im Spielwarenfach- oder Online-Handel. Um dir die Suche zu vereinfachen, findest du hier unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Links zu den Produkten. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um kein Video von Babyborn mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Bis bald!